Wir sind die Ballfreunde. Unser Auftrag, das Runde muss ins Eckige. Möglichst oft. Spektakulär. Und auch das Tore verhindern gehört dazu. Und hinter unseren deutschlandweiten Turnieren steckt noch viel mehr. Wir organisieren euren Spielbetrieb. Wenn der Rest noch schläft, bauen wir eure Spielfelder auf. Und sorgen dafür, dass euch beim Spielen nicht der Magen knurrt. Bei uns gibt es Fußball, Handball, Mädchen, Jungs. Für jeden ist was dabei. Denn auch die Action drumherum kommt nicht zu kurz. In Deutschland findet ihr uns fast überall. Vom tiefen Süden bis an den Strand. Und manche gehen schon im Frühjahr baden. Bei uns zählt jeder Teilnehmer. Also schaut vorbei. Kommt uns besuchen. Denn ihr, ihr seid unser Antrieb. Und wir, wir sind die Ballfreunde.